Hallo, grüß euch. Ich bin der Philipp aus Wien. Ich bin hier Masterstudent am VfL Campus. Besonders gefällt mir hier die Praxisnähe, die vor allem durch die Location hier in der Volkswagen Arena unterstrichen wird. Weiter ist es für mich super, wie es sich hier über ein Blockstudium handelt und damit für mich perfekt vereinbar auch mit dem Beruf. Und natürlich mein persönliches Highlight sind hier die Pausen, wo ich hier FIFA zocken kann mit einem der VfL FIFA Profis, mit Benedikt oder Timo. Und ich kann dieses Studium hier noch wärmstens weiterempfehlen.